Das ist Alma Schmidt. Sie ist Dozentin und braucht dringend einen Zeitschriftenaufsatz, den es in Würzburg nicht gibt. Hier hilft der kostenpflichtige Dokumentlieferdienst Subito. Subito versendet den Aufsatz für Frau Schmidt innerhalb von drei Tagen. Bei Eilbestellungen auch innerhalb von 24 Stunden. Übrigens, Subito ist ein Dienst für alle, die wissenschaftliche Aufsätze oder Bücher benötigen und kommt deshalb auch für Studierende in Frage. Subito ist zwar teurer als die Fernleihe, dafür aber garantiert schneller. Auf unserer Homepage unter Infos von A bis Z ist die Subito-Startseite verlinkt. Dort meldet sich Frau Schmidt erst einmal an. Um in die richtige Kundengruppe eingeordnet zu werden, gibt Alma Schmidt an, dass sie in Deutschland wohnt und die Dokumente für Forschung und Lehre an öffentlich finanzierten Einrichtungen benötigt. Studierende wählen Studium. Sie klickt Universität an und stimmt der Urheberrechtserklärung und den AGBs zu. Jetzt trägt Frau Schmidt ihre Daten ein. Als Studierender würde man hier seine Privatadresse angeben. Frau Schmidt tippt Würzburg in das Suchfeld und kann die Julius-Maximilians-Universität als Institution auswählen. Wir empfehlen die Belieferung per E-Mail, aber nicht alle Artikel dürfen so versendet werden. Frau Schmidt müsste in diesem Fall die zusätzliche Zeit für den Postweg mit einkalkulieren. Mit der Bestätigung, dass alle persönlichen Angaben korrekt sind, ist die Registrierung abgeschlossen. Sie meldet sich mit Kundennummer und Passwort an. In der Zeitschriftensuche von Subito gibt sie den Titel der Zeitschrift ein. In der Übersicht der Bestandsdaten tippt Frau Schmidt das Ja ein, in dem der Aufsatz erschienen ist und sucht sich eine Lieferbibliothek aus, die den gewünschten Jahrgang vorrätig hat. Jetzt fehlen noch die Angaben zum Aufsatz. Als Lieferservice kann der dreitägige Normaldienst oder der 24-Stunden-Eildienst gewählt werden. Die Kosten richten sich nach Kundengruppe, Lieferzeit und Lieferart. Danach kann Frau Schmidt ihren Aufsatz bestellen. Nach maximal 72 Stunden erhält Frau Schmidt den Aufsatz per Mail. Es handelt sich entweder um einen PDF mit Wasserzeichen oder eine Grafikdatei, die über DRM bereitgestellt wird. Die Kosten werden von Subito monatlich abgerechnet. Da Frau Schmidt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Biologie ist, kann sie die Rechnung in der Teilbibliothek Biologie abgeben und wir bezahlen. Diesen Service bieten wir für die Institute folgender Teilbibliotheken an. Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Tschüss. Vielen Dank.